Hi und willkommen zurück zu Star Wars Outlaws mit Karma Pixel. Lehnt euch zurück und genießt die Aussicht. Ich habe die Quest mit dem Aufnahmegerät mal markiert, was wir aus der Bar besorgt haben. Was wir ja aus einer Lauscherei aufgeschnappt haben und um den Tisch der Pikes mitgehen lassen haben. Jetzt stand in der Quest aber, wenn wir noch irgendwas mit diesem Aufnahmegerät machen können. Ah, vielleicht können wir es Ilara geben. Oder so wie Ilara oder wie Nett. Ich habe es gefunden. Gern geschehen. Danke. Du hast mir eine Menge Ärger erspart. Ich würde sagen, Crimson Dawn schuldet mir was. Yo, Credits gekriegt. Und unser Ruf hat sich verbessert. Gut, das hat schon mal funktioniert. Wenn wir das natürlich nebenbei abgeben können, machen wir das natürlich. Lass mich sehen. Gelegenheit. Ja, für das Huttenkartell wollte ich unbedingt auch mal arbeiten irgendwie. Walfang. Achso, okay. Das ist Sabak. Das haben wir als letztes gespielt, aber mit höheren Einsätzen. Bewegungsaktuator. Ja, den müssen wir halt finden. Die Hose. Leiterverbesserung. Unterweltgerüchte in der Makals Spielhölle. Da sind wir ja in der Nähe. Ja, diese Hackerin. Das ist eine neue. Kommt, die markiere ich mal kurz. Weil die bringt uns nämlich neue Fähigkeiten. Wir können auf unserem Menü hier von Fähigkeiten nämlich hier als drittes die Hackerin irgendwann auswählen. Dazu müssen wir sie erst mal kennenlernen. Ich habe jetzt vor der Aufnahme noch mal in den Einstellungen ein bisschen geschraubt. so ein bisschen verschwimmt das auch zwischendurch. Ich weiß noch nicht. Ich habe jetzt alles auf hoch gestellt. Also das Preset steht auf hoch. Die ein oder andere Einstellung steht auch auf ultra. Ich habe Motion Blur ausgeschaltet. Film Grain. Habe ich Film Grain an oder aus? Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, wir müssen runter. Die ein oder andere Dynamik hier auch mit dem hell und dunkel schalten die verwundert mich tatsächlich noch. Hey, Bacca. Was machst du denn hier? Okay, das ist die Hauptquest. Das machen wir gleich. Den quatschen wir noch an. Hauptsache, ich habe ihn wirklich erkannt. Ich habe wahrscheinlich nur das Pültchen gesehen und dann gesehen, okay, den kennen wir doch. So. Hier ist die Spielhalle. Gehen wir mal rein. Durchgesprintet. So, Suchbereich. Meine Hackerin. Nee, das ist Danker. Schauen wir uns mal. Wir mischen uns mal. Mischen wir uns mal und das folgt. Was will er denn? Woher kennst du meinen Namen? Ich bin immer auf der Suche nach neuen Leuten. Ich bin Werik und habe einen echten Job für dich. Ein echter Job bedeutet echte Kredits, ja? Bei den Hutten schon. Die Pikes drängen sich in Jabbers Kreaturenschmuggelgeschäft, werben seine Käufer in den Kernwelten ab. Finde heraus, an wen sie verkaufen und schalte dann ihre Fabrikanlagen aus. Ich hätte gern die Hälfte im Voraus. Ich zahle, wenn du fertig bist. So geht's auch. Die Koordinaten führen dich zu meiner Kontaktperson. Lass ihn nicht warten. Okay, gegen die Pikes bin ich theoretisch immer zu haben und ich wollte schon immer mal für Jabber arbeiten, richtig? Der will das nicht, oder? Der will das nicht. Für Jabber arbeiten. Wir schauen uns weiter oben nach der Hecke. Das ist hier ein Hinterzimmer. Es gibt tatsächlich Hinterzimmer. Ah, ne, das ist draußen. Stimmt, da waren wir schon. Spritztur gefällig? Ja, gleich. Wir wollen erst die Hackerin ausfindig machen. Oh, wie hießen sie nochmal? Ja, ich glaube, da ist noch eine Kontaktperson. Wie hießen die nochmal? Wie hießen die nochmal? Ich wollte es mir extra merken. Wie, 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 ganz komischer Name. So, wer bist du? Irgendwas sagt mir, dass du nicht wegen der Aussicht hier bist. Diese Piraten finden unser Lager jede Saison. Eine Kiste Flieger hält sie uns normalerweise vom Hals, aber es war schwer dieses Jahr. Sie haben uns alles genommen, auch unsere Glücksbringer. Hä, von wem redet der? Sie sind nicht viel wert, aber sie bedeuten uns eine Menge. Glücksbringer. Ich habe Erfahrung. Ich will kein Ärger. Wenn du die Glücksbringer zurückholen kannst, ohne Aufsehen zu erregen, dann zahlen wir dafür. Hm, ich kümmere mich drum. Okay, also leise. Leise und heimlich. Kein Problem. Kein Problem. Können wir hier nur die Aussicht genießen oder kommt dann jemand, stößt uns hier runter oder wir kriegen eine Geschäftsgelegenheit. Ah, die Aussicht ist... ...so einigermaßen. Das ist halt eine Wüste, ne? Also mehr oder weniger. Und es ist halt auch Staub unterwegs. Okay, nix wie weg hier. Wir sehen weiter, äh, drinnen nach. Jetzt fehlt immer noch der Hacker-Kontakt. Musik-Box. Können wir die Kantinemusik anmachen? Das wäre doch das Beste, oder? Kleine Steine, großer Sound, gezackte Aufmacht, Schoko. Okay, keine Ahnung, was das war. Hier geht's zu Gorak, richtig? Turbolift aktivieren. Ne, ich will nicht zu Gorak, obwohl er ja mit mir reden will. Aber ich vertraue niemandem. Und ich denke, dass das eine Falle ist. Ist das ein Ausgang hier eigentlich? Können wir gerne mal hier gucken. Ey, 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 ey. Ganz ruhig, ja? Ganz ruhig. Nix. Schnapp dir das. Schnapp dir das. Nix. Gut gemacht, Nix. 24 Credits. Immerhin. Hier ist blockiert. Da geht's weiter. Hier ist blockiert. Aber hier geht's auch wieder zu dem Sabaktisch, ne? Der hintere Bereich. Da ist der Sabaktisch. Okay. Das ist tatsächlich nur der Tisch. Ein legendärer Sabaktisch-Spieler. Hat sie erzählt. Auf Huttisch. Trangloschaner. Trangloschaner. Schläger. Sieht aus wie ein Schläger, ne? Das ist voll am Updancen. Wie zum Teufel kriege ich denn jetzt raus, wer oder was die Hackerin ist? Hier ist doch was. Das ist Duncan. Sie hat doch nur Aufträge. Ich will aber die Hackerin finden. Wie wär's mit der Barkeeper? Hier ist unser Kollege. Er sagt nur nix. Da ist was. Oben. Hier oben. Ja, wie mach ich das? Hey, wieso ist denn das da oben markiert? Kommt man nach oben? Muss ja den Turbolift aktivieren. Oh nein. Ich merk schon. Ich, ich, ich. Raus hier in mein Verderben. Ich bin tausendprozentig falsch. Jetzt erschlägt mich Gorak. Ja. Verdammt. Leute, was hab ich hier gemacht? Gorak, du wolltest mich sehen? Direkt zum Geschäft. Gut. Ich weiß, du hast viel zu tun als, ähm, Pike. Gouverneur Torden und Crimson Dawn wollen mich rausdrängen. Haben sich mit einem meiner Leute verschworen. Ich soll deinen Verräter finden. Und mir die Person bringen. Für ein Gespräch. Ah, du brauchst eine Außenseiterin, damit niemand davon hört. Es ist eine komplizierte Situation. Eine Agentin von Crimson Dawn wurde abgehört, als sie das plante. Wo? Am Irogana-Markt. Ich schätze, sie sammeln noch Informationen. Ich will wissen, wohin sie das alles weitertragen. Schon dabei, Gorak. Okay. Ich will meinen Ring wieder. Oh, fuck. What am I doing? What am I doing? Oh, scheiße. Ich hasse solche Entscheidungen. Er hat es mitgekriegt oder es wurde ihm gesagt? Also, den zu behalten. Ist doch blöd. Ich gebe ihm den einfach. Und dann weiß er, dass ich gar nicht schlecht bin. Oder ich behalte den und kann den vielleicht für die Crimson Dawn. Aber warum soll der für die Crimson Dawn besonders sein? Oh nein, echt. Hätte ich den mal behalten. Hätte ich den mal hergegeben. Oh, solche Spiele machen mich fertig, ne? Sollen wir... Komm, wir geben ihm den. Ich probiere es einfach zu euch machen. Oh, oh, das ist dein Ring. Nix hat ihn gefunden. Am Boden. Glatter Zufall. Tut mir leid. Wenn dieses Ding mich nochmal bestiehlt. Scheiße, ich hätte es nicht machen sollen. Ich bereue es jetzt schon. Verdammt, echt. Hä? Peikruf ist dadurch gestiegen. Wie doof. Hätte ich gar nicht machen brauchen. Quest verfolgen würde ich nicht. Ich will wissen, warum das hier oben gelb angezeigt wird. Der Schrott. Mann. Na ja, gut. So läuft das in der Unterwelt, ne? Guck mal, das wird immer da oben angezeigt. Ich weiß nicht, was das soll. Ich kann, ich kann da nix nicht hinschicken. Ich kann mit niemandem sprechen darüber. Hier geht es wieder nur raus. Und irgendwo hin. Warte, 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 da steht was. Zuhören. Da ist ein Peik. Hacker. Ah, okay. Oh, was? Ich verstehe kein Wort. Viel Glück. Er kommt kaum raus aus dem Crimson Dawn Bezirk. Er wohnt quasi in unserer Landebucht. Ich wette, Ayla Brenn weiß, wo man gute Hacking-Ausrüstung findet. Wer? Wer weiß das? Aylas Kontaktperson aus der Unterwelt wartet auf der Landeplattform im Crimson Dawn Viertel von Mirugana. Okay, komm. Da sind wir schon mal gewesen. Nein, nein, nein. Scheiße, ich hätte den Ring behalten sollen, ehrlich. Ich will das ja gar nicht für Gorak rausfinden. Wenn du nicht bald auftauchst, esse ich ohne dich. Ich bin am Verhungern. Nicht Crimson Dawn. Nicht Crimson Dawn. Ja, definitiv nicht. Aber ich will doch gar nicht für Gorak arbeiten. Verdammt nochmal. Was mache ich hier überhaupt? Ich lasse mich hier ablenken. Entschuldigung. Ich lasse mich immer nur ablenken. Nee, ich will ja weiter, 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 weiter. Wir müssen in den Crimson Dawn-Gebiet. Auf die Plattform. An der Plattform wollten wir schon mal hin. Dann finden wir hier jetzt ein paar Sachen raus. Achso, ja, genau. Durch die Küche kommen wir ja da rein. Ich lasse mich durch, ich lasse mich durch. Hallo, hallo. So. Nee, nicht da lang. So. Das ist ein Dawn-Gebiet. Nee, das ist der Händler. Ja, 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 ja. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Was war denn Ihr Problem? Verschmelzt mit dem Schatten, Nix. Da müssen wir jetzt hin, Nix. Explosion auslösen. Halten. Bring mir das. Das kannst du auf jeden Fall mal machen. Kontaktperson, lass dich nicht erwischen. Das ist sie doch da hinten. Das mache ich mit ihr jetzt. Dahin gehen. Da, guck mal, die da. Die darf ich doch... Nur die Wachen dürfen mich nicht mitkriegen. Richtig? Hey, sag mal, kennst du zufällig eine Hackerin namens Ayla Brenn? Sie sucht nicht nach Aufträgen. Oh, ich will sie nicht anheuern. Ich bin selbst Hackerin. Ich will nur mit ihr reden. Die Plump. Weißt du was? Wie du willst. Ayla? Er fragt seine Amateure nach dir. Ernsthaft? Ich bin beschäftigt. Was willst du? Oh, ähm. Ich bin Kay Vess. Ich suche nach neuer Hacking Tech. Ich habe gehört, du wärst die Beste in der Gegend. Wes, was du nicht sagst. Bring mir ein imperiales Sequenziergerät. Dann reden wir. Ja, natürlich. Klar ist er, ähm. Oh, sieh mal an. Sie hat Koordinaten geschickt. Einfach zu besorgen, oder? Glückspilz? Er nennt das Glückspilz. Südliche Wasserfälle. Okay, warte. Ich muss erst mal wieder hier heile wegkommen. Oder was ist die nicht? Ist die das mitbekommen? Was ist denn hier? Umgelegt halten. Was passiert dann? Dann komme ich da in die Röhre. Nix. Halt das mal fest. Ey, ey, ey. Nix. Du musst doch schon dranbleiben. Halten. So, schnell da rein. Ist das einfach nur eine Möglichkeit, auch da rein zu kommen, ne? Oder... 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 Geht's runter? Wollte ich da was sehen. Da ist doch was. Ich weiß... Schlüsselkarte. Schließlich, ne? Kämpfen wir für uns selbst nichts. Was sollen wir machen, ne? Das brauchen wir halt alles, ne, das Zeug. Ah, da fahre ich die Leiter raus. Okay. Baumband. Boah, ohne Ende Polycarbonat. Gut. Ich habe eine der Schlüsselkarten bekommen. Komme ich da... Nee. Komme ich nicht rein, komme ich auch nicht raus. Brauche ich mehrere Schlüsselkarten, glaube ich, ne. Ist doch bei den Pikes dasselbe, ne. Was ist das hier? Computer zugreifen. Ja, warte, da. Hä? Jetzt. Komm, wir versuchen es. Hacken. Zack, zack, zack. Okay, wir fangen mit dem an. Dann das, das, das. Oh, beide richtig. Ähm, der kommt also hinten. Dann fangen wir mit dem an. Dann einen neuen und dann den. Äh, auch nicht. Also, neu. Der. Das stimmt. So. Mastermind gab es früher, ne. Das ist so. Daten übertragen. Was passiert jetzt? Tresorraum in Miradana. Was für Daten hat er jetzt hier übertragen? die lehrers tresorraum schlüsselkarte die lehrers schlüsselkarte muss ich besorgen safis schlüsselkarte und oder das schlüsselkarte man kann also alle geklaut was ist das noch mal untersucht die piraten aktivität das war von irgendeinem wir machen die hecke dann weiter machen die hecke dann weiter schnell hier raus wir wollen ja fähigkeiten freischalten gehen wir runter achten mal du warst da richtig gut so hier sind wir schon wieder runter das heißt kann ich einfach raus perfekt okay alles klar dann abgedampft abgedampft ist eigentlich eine schnellreise jetzt habe ich irgendwas gedrückt bieten ist nicht immer raus karte machen dass hier ich kann dahin glaube ich ne in meiner stadt da kann er nicht anwählen warum nicht ist das gleiter mich hat mechaniken gibt es wahrscheinlich kann ich nur nicht aus dem schnellreise ziel da kann ich hinreisen hier kann ich hinreisen da kann ich hinreisen die eck schnellreise probieren wir doch mal raus auf den auf den hangarplatz und dann rechts halten da ist noch ein schnellreise ding jetzt bin ich zähle ich schon schon als draußen jetzt noch mal gucken jetzt mirogana ja hinter mir aber kann ich nicht auswählen dann nicht so bei nichts wie los heißt das voll stoff jetzt springen hier in der stadt dürfen wir noch nicht hier sind es wieder geil ich habe das gefühl dass die grafik sich noch mal einen ticken verschlechtert hat aber das ist merkwürdig 60 ok ein techniker sollte einen haben ja 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 ist ja gut ich bin weg sooo slimo ab gehts pssst schön leise gondeln lass mal sehen Da oben. Die gucken beide hier hin. Stiehlt den Sequenzmodulator von einem Techniker. Angreifen. Stehlen. Hol die Beute. Was gibt's bei Ihnen? Ist das ein Techniker? Können wir das so stehlen? Bestimmt müssen wir selber rein, oder? Jetzt kann ich nichts einfach holen, oder? Schafft diese Ratte hier weg. Naja. Und? Umlenk. Ne, das ist ja nicht das so. Wir müssen den ablenken und dann kommen wir wohin? Da ist draußen. Ablenken. Einlaufen. Die beiden. Ich stiehlt den Sequenzmodulator von einem Techniker. Verstanden. Ich halte Wache. Halt das für mich offen. Die neuen Geschütze in der Basis sind ein einziges Ärgernicht. Für die Konfiguration musste ich extra einen Sequenzmodulator anfordern. Ups. Halt. Das ist Sperrgebiet. Hörst du mir überhaupt zu? Hm? Ja. Sequenzmodulator. Viel Arbeit. Ach hier. Sequenzmodulator. Ich habe mal mit einem Booty gerangelt. Macht eigentlich Spaß, wenn einem ein oder zwei gebrochene Rippen nichts ausmachen? Hier ist nichts. Alles sauber. Alles in Ordnung. Sieh mal nach, was es zu holen gibt. Moment mal. Wollt gerade gehen. Gehen wir nix. Gehen wir nix. Nix wie weg hier. Wir haben den Sequenzmodulator. Ganz schön. Bike, bike, bike. Oh, rückwärtsgang gibt's nicht. Drehen und Volldampf. Juhu. Wir haben die Imperialen beklaut. Haha. Bringen Sie die Verdächtige her. Oh. Wo müssen wir hin? Wir durch. Zweifelern, wenn wir das wieder durchmachen. Links. Einfach fahren ist hier nicht so die richtige Wahl. Man sollte echt auf die Karte gucken. So, warte. Ich muss auf die Karte gucken, sonst verpflanze ich mich hier. Siehste, von hier komme ich nämlich nicht hoch. Ich muss da diesen Weg und dann irgendwie links abbiegen. Also, wieder zurück und sobald es geht rechts. Fluss aufwärts. So, da sind wir die Bullen losgeworden. Die Koks. Die Imperialen Koks. Das macht nicht, das macht keinen Spaß ohne Buß hier. Oh, verdammt. Alter. Was ist das denn? Was sollen wir denn jetzt hier? Hey, du hast nicht gesagt, dass du dich an einer imperialen Anlage zu schaffen machst. Genauer gesagt stecke ich hier fest. Sie haben mich umzingelt. Und ich soll jetzt irgendwie da rein. Aber stirbt nicht dabei. Ich mache dringend das Ergänzium. Da gibt es hier keinen Nebeneingang für mich. Nur, wo man hoch kann. Klettern kann. Untereingang. Autsch. Ja, ich wollte hier eh absteigen. Komm schon nix. Hier können wir doch wohl hoch, oder? Nee. Zählt nicht. Verdammt, ist doch nicht zu fassen, ey. Guck mal rein. Hier hinten rum. Gibt es nur den Vordereingang, oder was? Das Gelände finde ich echt merkwürdig. Irgendwo gestartet. Oh, oh, oh. Auf einmal wuckelt es. Ja, ola, die weit fehlt. Also ich würde jetzt hier vermuten, dass man da hochkackt. Guck mal, aber die kann noch nicht mal hier den billigsten. Oh, oh. Was sind denn hier für Glitch-Dinger? Und hier kann sie nicht hoch, da rutscht sie runter. Okay, das ist schon so ein bisschen erbärmlich, ne? Und da können sie dann natürlich entsprechend auch nicht weiter. Also müssen wir ganz außen rum. Oh, das ist ja fast wie bei Red Dead. Während jeder kleinsten Steigung runterrutscht. Guck mal hier, diese Grafikfehler. Die hatte ich eigentlich schon ausgeschalten. Mit den Einstellungen. Und jetzt wollte ich sie optimieren. Und ich habe es letztendlich nur schlimmer gemacht, ne? Na gut, dann muss ich halt einfach nochmal reingehen und die nochmal so ein bisschen anpassen. Guck mal, da kommt sie auch nicht hoch. Also, was ist, gehen wir jetzt durch die Vordertür oder was? Noch nicht mal jetzt über so einen Piepsfelsen kommt sie hier rüber. Oh, nein, 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 nicht wieder umgehen. Wir sind doch fast da. Ja, das tat weh. Ich zweifle immer mehr, dass es hier vorgesehen war, hier lang zu kommen. Und jetzt verharre ich mich hier in die falsche Richtung. Pass auf. Und jetzt rutscht sie runter. Und hier hätte ich einfach hochlaufen können. Wo ist die verdammte Basis? Da. Hier hätte ich hochgekommen. Richtig. Hier. Hier hätte ich, glaube ich, lang gemusst. Kann ich mich abseilen? Das bringt aber nichts. Wie soll ich mich hier abseilen? Hier geht's hoch. Okay, 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 es geht weiter. Nächste imperiale Station, wo wir einbrechen. Was zum Teufel hat denn der Fels da für komische Formationen? Riesenturbolaser, übel. Oh, nein, 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 nein. Bin ich hier richtig? 저는 Da hätte ich weiter hochgemacht. was ist denn hier? Sammelgegenstand? Hier kann ich rüberschwingen, oder? Hier müssen wir hin, da hinten. Kameras. Kleider hat uns ausgesperrt? Ich habe nichts von neuen Blastern gehört, aber hoffentlich stimmt es. Verstanden, bin auf Abruf. Nein, nein, nein. Die Kamera geht so schnell wieder rum. Wenn die Kamera hier hinkommt, lenke ich ihn nach rechts ab. Das ist gar nicht, wo ich hin muss. 35? Da unten rein, oder was? Die steht gar nicht hier oben lang, oder? Das bringt mir doch gar nichts. Entferne ich mich ja nur. Wachsam bleiben. Nicht nachlässig werden. Musste ich ja lieber da runter, ne? Da ist einer. Vielleicht komme ich da rein. Hier unten ist alles voll, ey. Lenken und angreifen. Das ist, man ist so ein bisschen aufgeschmissen, ne? Keiner sagt mir irgendwie, ja, schalte den Computer aus, oder sowas, weißt du? Hier. Der Kommandär kommt vorbei. Nehmt Haltung an. Das muss der Hangar sein. Ich halte Wache. Keine Vorkommnisse. Sie können in unsere Richtung. Ne, nicht Datenstift benutzen. Oh, wie solltest du den bequatschen, Mann? Halt in die Position. Ich rufe Verstärkung. Toll, jetzt ist der Alarm ja angegangen. Ich rufe Verstärkung. Ich rufe Verstärkung. Ich rufe Verstärkung. In Ordnung. Neutralisieren Sie die Gesuchte auf der Stelle. Toll, jetzt hier aufbrechen. Äh, mit der aufbrechen, während hier die ganzen, ganzen Trupa hinter mir her sind. Echt jetzt? Feuer! Oh! 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 Achtung! Achtung! Die Flüchtige ist extrem gefährlich. Beschäftigen Sie sie und warten Sie auf Unterstützung. Ne, jetzt gern nicht hier! Oh! 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 ja, verkackt. Okay, das hätte ganz anders laufen sollen. Da hätte ich mir eher mal einen Überblick beschaffen sollen. Wo ich wo es hingeht. Oh, jetzt habe ich auch noch Credits bezahlt. Na gut, alles klar. Hey, du hast nicht gesagt, dass du dich an der imperialen Anlage zu schaffen machst. Ja, das hat sie schon mal gesagt. Genauer gesagt stecke ich hier fest. Sie haben mich umzingelt. Hm, und ich soll jetzt irgendwie da rein. Aber stirbt nicht dabei. Ich brauche dringend das Sequenziergerät. Naja, kommt man auch von der Seite hier rein. Ich kann mir vorstellen, hier hinten rum. Oder hätte ich jetzt direkt links gemusst. Wir sind die Sachen nicht so intuitiv geregelt. Nicht so intuitiv geregelt. Dir wird so eine Schlucht hier so eine Passage gezeigt. Ja, und dann rennt's da rein und bist falsch. Wahrscheinlich hätte ich hier irgendwo links erst mal hochgemusst, um dann hinten wieder rüber zu springen. Hier, man muss ja die Stufen quasi erkennen, wenn sie vor einem liegen. So in der Art, ne? Und dann geht's da hinten irgendwie hoch. Ja, da kann man klettern. Alles klar, okay. Dann, zweiter Versuch in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und bis bald.